Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Es gibt Neues von der dunklen Materie. Die schlechte Nachricht, von der hatte ich ja schon erzählt im Newsletter, gleich am Tag nach dem Erscheinen der Originalpublikation. Mittlerweile gibt es auch eine gute Nachricht und ist eigentlich eh der Klassiker in der Grundlagenforschung, immer so einen Schritt vorwärts, einen Schritt rückwärts. Ich schlage vor, wir schauen uns beides jetzt mal in Ruhe an. Seit Jahrzehnten liegen wir jetzt auf der Lauer nach dunkler Materie. Mit diesen Crest-Geschichten, wenn Sie sich erinnern, hatte ich Ihnen mal erzählt. Das waren diese Messgeräte, die einen möglichst starken Ausschlag erzeugen sollten, wenn irgend so ein dunkle Materieteilchen da reinrauschen sollte. Das Dumme ist ja, die Wechsel wirken ansonsten nicht, nur gravitativ. Aber wenn Sie halt irgendwo dagegen stoßen, dann gibt es einen Energieübertrag. Jetzt ist der so klein. Wie macht man den groß? Man nimmt ein Gerät, hält es ganz an der Schwelle von Leitung zur Supraleitung. Und wenn dann ein bisschen Energie hinzukommt, dann wird diese Schwelle überschritten und dann gibt es einen großen Ausschlag in den Messgeräten. Das war die Idee. Und was haben wir gefunden? Nichts. Dann waren diese Xenon-Geschichten. Da hatte ich ja kürzlich ein eigenes Video auch nochmal zu den aktuellen Ergebnissen. Nichts. Und egal, was wir jetzt aufgestellt haben unterirdisch, um es zu schützen von diesen Schmutzeffekten und von all diesen Geschichten, auf der ISS gibt es ein eigenes Experiment. Nichts. Andererseits sind die Auswirkungen dessen, was wir dunkle Materie nennen, die sind offensichtlich da draußen. Es ist ja mehr so ein Überbegriff für eine Art, eine Ansammlung von Ungereimtheiten. Da gibt es heißes Gas. Das ist in der Nähe von irgendwelchen Galaxien und Galaxienclustern. Das dürfte da gar nicht sein, weil die Gravitation dort gar nicht ausreichen würde, um dieses heiße Gas aufgrund seiner hohen Bewegungsenergie überhaupt zurückhalten zu können. Also irgendwo ist da noch was Zusätzliches, was die offensichtlich was an denen zieht. Dann gibt es Gravitationslinsen, die sich stärker biegen oder andere Bilder machen, als das der Fall wäre, wenn wir nur das Sichtbare nehmen. Dann gibt es Strukturbildung. Das ist überhaupt das stärkste Argument. Es muss in der Frühphase des Universums irgendwas gegeben haben, was sich verklumpen konnte, obwohl diese wahnsinnig harte Strahlung da war. Die Strahlung, die eigentlich alles wieder auseinandergetrieben hätte. Es sei denn, es gibt eben etwas, was nicht mit dieser Strahlung, also nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Das ist eigentlich das stärkste Kriterium. Die Silk-Dämpfung, wie man das nennt. Und natürlich der Klassiker, den man überall rauf und runter liest. Das ist diese Geschichte mit den sich drehenden Galaxien. Da würden wir erwarten, dass diese Rotation eine gewisse Form hat. Wenn ich also einzelne Bestandteile der Galaxie nehme, dann sollten die im zentralen Bereich, die sollten nach außen immer schneller, schneller, schneller werden, ungefähr linear. Und dann, ab einer gewissen Kante, sollte es so mit 1 durch Wurzel r dann abfallen, was die Geschwindigkeit anbelangt. Also im Endeffekt sieht das jetzt so aus. Und vielleicht nochmal ganz kurz, warum dieser 1 durch Wurzel abfällt. Das ist so eine Frage, die immer wieder kommt. Da wäre jetzt doch noch schnell eine Tafel gut gewesen. Wir haben es also offensichtlich mit zwei Kräften zu tun. Na klar, die Gravitationskraft, die zieht von innen, geschenkt. Was haben wir da? So etwas wie Gravitationskonstante mal die kleine Masse, das ist also der Körper, der da draußen irgendwie seine Bahnen dreht. Die große Masse und R². Gravitationsgesetz. Und da muss ein Kräftegleichgewicht herrschen zwischen dieser Kraft und natürlich der Zentrifugalkraft. MV² durch R. Das ist die Kraft, die nach draußen zieht. Also wenn Sie irgendeinen Körper an einem Seil nehmen und den schwingen, dann zieht diese Kraft nach draußen. Ja, und das ist jetzt eine einfache Geschichte. Also die Probemasse, die geht freundlicherweise hier weg. Das ist ja jetzt erstmal alles konstant. Dann kamen Sie also hier V. Ein R geht weg. Das V bleibt also hier. Und dann kriegen Sie 1 durch R. Und dann müssen Sie noch das Quadrat berücksichtigen. Dann kriegen Sie also 1 durch Wurzel aus R. Die Geschwindigkeit geht also mit 1 durch Wurzel aus R. Das ist die einfache Überlegung. Und warum ist das jetzt, das ist natürlich hier irgendwie so ein Abfall. Und warum ist das jetzt im Zentralbereich anders? Weil wir im Zentralbereich eben nicht so tun dürften, als wäre diese große Masse, nämlich der gesamte Zentralbereich hier konstant, weil mal sind wir ja vielleicht nur so halb weg vom Zentrum. Also wenn das irgendwie der Zentralbereich ist, wenn Sie außerhalb sind als Probekörper, dann gilt diese Geschichte. Aber wenn Sie jetzt noch innerhalb sind dieses großen Bereichs, dieses schweren Bereichs und die Galaxien, die sind halt mal innen viel, viel schwerer als weiter draußen. Dann kann man so tun, als wäre man jetzt hier innerhalb eines sphärisch-symmetrischen Körpers. Ja, und was ist jetzt hier der große Unterschied? Naja, diese Masse, die ist jetzt nicht einfach konstant, sondern diese Masse wäre jetzt abhängig vom Volumen. Das geht also irgendwie mit R hoch 3. Ganz genau genommen mit 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Aber eines ist klar, wenn Sie hier ein R hoch 3 kriegen, haben Sie R hoch 3 durch R Quadrat, gibt R, bleibt Ihnen also ein R, das zweite R multiplizieren Sie rüber, dann haben Sie R Quadrat, und dann haben Sie R Quadrat ist V Quadrat, und was heißt das? R geht irgendwie mit V. So, also hier haben wir auch eine Proportionalität eigentlich, weil wir ja die ganzen Konstanten weggelassen haben. Und das ist genau der Clou. Das ist also ein Anstieg, ein linearer Anstieg. Und wie sieht das jetzt aus, wenn ich das eintrage in ein Diagramm? Wenn ich also einfach hier mal sage, okay, wie sieht denn die Geschwindigkeit aus in Abhängigkeit dieser Entfernung? Na, dann kommt eben innen im Bereich, wo ich sehr nah an dieser massiven Geschichte dran bin, erwarte ich eben diesen fast linearen Anstieg, und weiter draußen eben diesen 1 Dr. Wurzelabfall. Und dazwischen ist ja nur eine Annahme jetzt hier so hart, dass hier die Grenze ist, muss natürlich irgendwie sowas sein. Das ist der Erwartungswert. Und wie sieht es dann in der Realität aus? Naja, das steigt tatsächlich an, alles wunderbar. Das ist das, was wir also wirklich sehen. Das ist tatsächlich so ein Anstieg. Und dann gibt es auch so einen kleinen Abfall, aber dann bleibt die Geschwindigkeit halt relativ hoch. Und diese Diskrepanz bezüglich dieser Rotationsgeschwindigkeiten, das ist einfach ein Problem gewesen, immer schon. Also das geht schon zurück auf Vera Rubin in den 70ern. Und das ist die Argumentation. Also Indizien gibt es offensichtlich genug, dass da irgendwas sein muss. Irgendein Player, der da zieht und macht und tut, den wir nicht sehen. Auch unser gesamtes Bild, das kosmologische Standardmodell von diesem Universum, das funktioniert erst mal wunderbar, wenn man diese Zutaten mit hineingibt. Wenn man also unterstellt, dass es ungefähr fünfmal so viel dunkle Materie gibt wie sichtbare Materie. Und den Rest füllt man dann auch mit dunkler Energie. Das ist so ein Cocktail und den schüttelt man. Und die Simulationen basierend auf diesen Zutaten, die sind dann unglaublich nah an dem, was wir tatsächlich da draußen beobachten. Also wenn ich hier die Simulation habe und hier die Beobachtung, dann gleicht es wirklich wie eine Hand der anderen. Und erst kürzlich hatten wir doch diesen fundamentalen Erfolg, über den wir uns so sehr gefreut haben, dass wir die sichtbare Materie, dass wir diese Zutat genau quantifizieren konnten. Also jetzt genau ihrer Menge nach bestimmen konnten, auch durch Beobachtungen. Das heißt, die Simulationen haben uns wunderbar dabei geholfen, in Verbindung dann mit dem Sunyari-Sildovich-Effekt. Also ich hatte ein eigenes Video dazu gemacht. Wunderbar, toller Erfolg. Also das Modell, wir nennen es das Lambda-CDM. Warum? Lambda ist die eine Zutat, das ist die dunkle Energie. Die nehmen wir als kosmologische Konstante Lambda. CDM steht für Cold Dark Matter, also kalte, dunkle Materie. Warum jetzt kalt? Weil das ist die Form, die wir uns vorstellen, als irgendwo einfach nur schwach wechselwirkend, schwer, also gravitativ wechselwirkend, ansonsten nicht. Und das war's. Im Gegensatz dazu diese Hot Dark Matter, also heiße dunkle Materie, das wären jetzt irgendwelche Teilchen, die auch ein bisschen Masse beitragen. Nehmen wir mal Neutrinos. Die aber eben sehr, sehr schnell sind. Deshalb heiß. Und das große Problem mit schneller dunkler Materie, mit heißer dunkler Materie, ist das, wenn Sie jetzt auf kleinen Skalen irgendwas verklumpen wollen, hat er ja gerade von der Silddämpfung gesprochen, dann klappt das nicht mit Teilchen, die annähernd Lichtgeschwindigkeit haben. Wie sollen sich die lokal verklumpen? Da schaffen Sie es gerade mal auf großen Skalen. Das würde aber bedingen, dass wir erst auf großen Skalen eine Verdichtung haben, die sich dann, also auf Riesenausdehnungen, dann vielleicht auf Galaxien clustern, dann erst zu Galaxien formen, dann erst zu Sternen. Und das ist nicht das Szenario, wie wir uns das vorstellen. Also das ist dieses sogenannte Top-Down, also von den Großen zum Kleinen. Wir gehen eigentlich eher davon aus, dass es gerade den umgekehrten Weg geht, oder überwiegend zumindest, dass also erst sich ganz kleine Strukturen bilden, irgendwas lokal sich verdichtet und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr ansammelt. Und dadurch immer mehr anwächst, bis hin dann zu Sternen. Sterne bilden dann Galaxien, Galaxien bilden Cluster. Also dieses Bottom-Up-Szenario. Dafür braucht es aber was, was sich eben lokal verdichtet. Und das kann nicht mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein. So, das ist mal die Marschroute. Wir haben also das Lambda-CDM-Modell. Wir geben das in diese Simulationen und das liefert wunderbare Ergebnisse. Leider, die Simulationen selber, die hatte ich Ihnen ja auch in diesem Video gezeigt, zur baryonischen Materie. Also wenn Sie sie nicht gesehen haben, schauen Sie sich die Simulationen dort nochmal genau an. Die Bolshoi-Simulationen, die Millennium-Simulationen, also da gibt es tolle Geschichten. Und jetzt ist aber das große Problem, die Simulationen, die sind so gut, die kann man so gut auflösen, dadurch sind die extrem prognosefähig. Das heißt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, wie die Dinge dann auch im Kleinen aussehen sollen. Also wenn ich wieder diese Hand nehme, die Simulationen, die Beobachtung, und das aber immer feiner, 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 feiner auflöse, dann sehe ich, aha, da sollten zum Beispiel Satellitengalaxien, also kleine Galaxien, die um andere, größere, massivere kreisen, die sollten irgendwie völlig zufällig verteilt sein in ihrer Bewegung hier. Insbesondere sollten die auf gar keinen Fall irgendwie sich in einer Scheibe zusammentun. Also warum auch? Wo wir doch davon ausgehen, dass diese Kurven, diese Rotationskurven, nur deshalb nicht mit 1 durch Wurzel r abfallen, weil außerhalb der Galaxien, also um die Galaxie herum nochmal, ein sphärisch-symmetrisch, also so eine Art kugelförmiger Halo aus dunkler Materie zieht. Den sehen wir nicht, aber der ist massiv, der zieht also außerhalb der Galaxien, was dazu führt, dass die Geschwindigkeiten dann nach draußen eben nicht abnehmen. Wenn es den aber jetzt gibt und der ist kugelförmig, wieso sollte es dann irgendeine Ausrichtungs-, Vorzugsrichtung geben hier in irgendeiner Form? Das ist nicht die Erwartungshaltung. Tja, und dann machen Sie Beobachtungen. Wie immer geht es mal los in der Milchstraße. Okay, da haben Sie elf Satelliten. Und diese elf Satelliten, die liegen schon mal in einer Scheibe. Das ist blöd. Macht nichts. Milchstraße ist immer ein Problem. Wir sind mittendrin und da gibt es so viele Probleme bei der Beobachtung. Also, das wäre kein Wunder, wenn es da irgendwelche Ungereimtheiten gäbe. Das haben wir an allen Ecken und Enden. Deshalb schauen wir uns viel lieber unseren nächstgelegenen Nachbarn an, nämlich die Andromeda-Galaxie. Wunderbar. M31 sehen wir in der ganzen Pracht, weil wir eben jetzt Außenstehende sind. Ja, da gibt es jetzt auch eine Reihe von Satellitengalaxien. Und von diesen 15 drehen sich 13 in einer Scheibe. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt könnte es immer noch irgendein lokales Problem sein. Jetzt könnte man sagen, okay, da gibt es vielleicht eine Wechselwirkung auch zwischen der Milchstraße und der Andromeda. Die rasen ja aufeinander zu. Vielleicht haben die sich auch tatsächlich schon mal durchdrungen. Das ist ja alles gar nicht wirklich klar. Also, schauen wir uns doch mal eine dritte Außenstehende Galaxie an. So nach dem Motto Kovadis. Also, jetzt wollen wir mal wissen, was ist eigentlich wirklich Sache. Was nimmt man da am Nachthimmel? Also irgendwas, was weit genug weg ist, um sich von diesen lokalen Geschichten freizusprechen. Wie weit gehen wir da weg? 3,8 Megaparsec. Also so zwölfeinhalb Lichtjahre ungefähr. Da hätten wir Centaurus A. Ein wunderbarer Kandidat, weil weit genug weg wie gesagt, aber trotzdem hell genug, um all diese schönen Eigenschaften sehr, sehr gut rauslesen zu können. Und wir haben 31 bestätigte Satelliten um Centaurus A. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Galaxie eher unter der Bezeichnung NGC 51-28. Ist eine Quelle, ich zeige Ihnen hier mal ein paar Aufnahmen, eine Quelle für Röntgenstrahlung, für Gammastrahlung und ist die drittstärkste Radioquelle am Nachthimmel. Das liegt einfach daran, da ist ein richtig massives schwarzes Loch zugange, ein aktiver galaktischer Kern. 55 Millionen Sonnenmasse, schwer. Und dieser galaktische Kern produziert einen gigantischen Jet. Also wenn man den jetzt hier mal in entsprechenden Wellenlängenbereich anschaut, da reden wir von halber Lichtgeschwindigkeit, mit der diese Teilchen dann nach draußen jagen, über unglaubliche Entfernungen. Und wenn Sie das dann überlagern mit mehreren Wellenlängen, dann kommt es zu diesem schönen Bild hier. Also, 31 Satelliten, man könnte ein eigenes Video zu Centaurus A drehen, aber wir wollen ja jetzt diese Sachen mit der dunklen Materie hier herausholen. 31 Satelliten und die Hälfte davon, die haben eine wunderbare Eigenschaft, die liegen nämlich so zu unserer Beobachtungslinie, also dieser sogenannten LOS, dieser Line of Sight, dieser Sichtlinie, dass sich deren Bewegung, diese Satellitengalaxien, die bewegen sich also zu uns immer innerhalb dieser Sichtlinie. Also egal, wo wir die beobachten, da gibt es ganz viele Kandidaten, also die Hälfte, wie gesagt, die sich in dieser Sichtlinie bewegen und dadurch können sie sehr genau diese Geschwindigkeiten vermessen, weil wenn sich jetzt ein Objekt irgendwie mit einem Winkel zu ihnen bewegt, dann sehen sie natürlich auch den Geschwindigkeitsanteil, der sich annähert und entfernt, aber das ist natürlich nie so schön, als wenn sie wirklich den Gesamtbetrag der Geschwindigkeit hier ablesen können. Also langer Rede, kurzer Sinn, von diesen 16 sehr, sehr genau zu vermessenen Objekten, da liegen 14 in einer Scheibe und die Scheibe, die ist 69 Kiloparsec dick, die ist also sehr, sehr schmal und die Halbachse, die hätte ungefähr 309 Kiloparsec im Vergleich, also das heißt, wenn ich das gesamte Gebilde nehme, dann wäre das, sagen wir mal, neunmal so breit, als es dick wäre. Also das ist schon eine sehr ausgeprägte Scheibe. Ich zeige Ihnen hier nochmal diese Animation, da sind die Daten aus der Originalpublikation zusammengetragen, die schwarzen ausgefüllten Kreise, das sind die Satellitengalaxien, die Hohlkreise, das sind zusätzliche Kandidaten, da gibt es noch weitere, die nicht so bestätigt sind, also die bezieht man dann trotzdem hier mit ein, in diese Daten. Und wenn Sie sich jetzt diese farbliche Kennzeichnung anschauen, das hat jetzt damit zu tun, dass Centaurus A sich selber mit 555 Kilometern pro Sekunde relativ zu uns bewegt. Und diese Objekte, diese Satellitengalaxien drumherum, da misst man jetzt nur die Relativgeschwindigkeit zu der von Centaurus A und sagt und zeichnet die jetzt blau ein, wenn Sie sich auf Centaurus A zubewegen und rot, wenn Sie sich von ihm wegbewegen. mit dieser jeweiligen Relativgeschwindigkeit. Und auch hier sieht man wunderbar, wie ähnlich ausgerichtet diese Geschwindigkeitsvektoren, diese Richtungen sind. Also da gibt es eine ganz klare Korrelation, einen ganz klaren Zusammenhang. Und das ist natürlich das ist schlecht. Wenn Sie die Prognose haben, dass es hier eine Gleichverteilung sein müsste und dann sehen Sie so eine ja, so einen klaren Zusammenhang. Also da ist eines ganz offenbar, da fehlt Ihnen irgendein Player. Also in diesen Simulationen, die zu dieser Gleichverteilung führen, die ansonsten wunderbar erfolgreich sind, aber eben diese Prognose mitbringen leider, fehlt eine wesentliche Zutat, vielleicht auf großen Skalen, vielleicht auf sehr, sehr kleinen Skalen. Auf jeden Fall eine Zutat, sagen wir mal, auf 100 Millionen Lichtjahren Skala, die zusätzlich noch irgendeine Ausrichtung herbeiführt. Und die gilt es jetzt eben zu finden. Zu allem Überfluss liegt diese Scheibe auch noch so gut in der Linie zu uns. Also wir schauen fast Edge an, also auf diese Kante. Da ist ein Versatz von 14,6 Grad. Also das liegt ideal zu uns. und dadurch sind natürlich die Fehlerbalken bei der Messung relativ klein und damit auch der Spielraum, in dem man sich bewegen kann. Also das war die schlechte Nachricht. Wir haben eine klare Vorhersage des Lambda CDM Modells und diese klare Vorhersage wird jetzt in drei Fällen, die wir bisher beobachtet haben, dreimal nicht erfüllt. Also schlecht. Die gute Nachricht, die kam ein paar Tage später. Also es ist typisch Grundlagenforschung, wenn die Not am größten, dann ist die Hilfe meist am nächsten. Das heißt, es gab schon eine Weile lang Beobachtungen, schon seit ein paar Jahren, dass es einen Überschuss gibt an einer speziellen Wellenlänge, also wenn man Spektren betrachtet, dann sind da immer irgendwelche Linien, die Linien entsprechen bestimmten Energien und da ist eine Energie bei 3,5 Kilo Elektronenvolt, die konnte man eigentlich nie so richtig zuordnen. Da gibt es einen Überschuss und das könnte natürlich jetzt, so war die Überlegung, das könnten Teilchen sein, von denen wir noch nichts wissen, dunkle Materieteilchen und wenn die natürlich zusammen kommen, sie sollen ja nicht groß wechselwirken, außer gravitativ, aber wenn sie natürlich ein Teilchen und ein Antiteilchen von was auch immer nehmen, dann wird es zerstrahlen und eine spezifische Energie freisetzen und diese Energie würden sie als Linie sehen, das wären dann diese 3,5 K eV. Aus dieser Linie haben sie die Energie, aus der Energie können sie Gwse gleich mc Quadrat dann darauf zurück rechnen, wie massiv war das, was hier zerstrahlt wurde und also wenn wir so im Bereich von 3,5 K eV so ein Elektron hätte 511 K eV da sind wir also deutlich unter dem Hundertstel eines Elektrons das würde sich wieder ganz gut decken mit ein paar Erwartungswerten von der Theorie Seite und das war so eine heiße Geschichte da gab es aber immer wieder Probleme weil so eine Zerstrahlung konnte man sich nicht so theoretisch so ganz gut einbauen in das Ganze und da gibt es eben jetzt eine neue Erkenntnis das wurde an der Johannes Gutenberg Universität Mainz publiziert zur Faschingszeit aber macht nichts und ein theoretisches Modell wie so eine Annihilation also so eine Zerstrahlung tatsächlich passieren könnte und zwar könnte es sein da gibt es jetzt verschiedene Annahmen dass dieses Teilchen dieses dunkle Materieteilchen ein sogenanntes Majorana Fermion wäre was heißt das das sind Teilchen die sind ihre eigenen Antiteilchen wenn die also zusammenkommen dann würden die zerstrahlen dann gibt es auch noch ein paar ganz pathologische Versionen hätte ich gar nicht damit anfangen sollen aber also nur ganz kurz die könnten zum Beispiel auch so einen Ring an Feldlinien haben also tatsächlich elektromagnetisch aber eben nur so so ähnlich wie Hartmut kürzlich in seinem Video erklärt hat zur Kernfusion in dem Tokamak da gab es ja auch so einen Ring von Linien und dann so ähnlich wäre das jetzt hier nur die Teilchen hätten sowas also eine ganz wilde Geschichte vielleicht gibt es auch so einen Zwischenzustand vor dem Zerstrahlen oder beim Übergang eben von zwei Teilchen zur Zerstrahlung da gibt es einen Zwischenzustand so einen spinlosen Skalar Zustand also das ist tief in der Theorie angesiedelt mir geht es jetzt nur mal darum herauszuarbeiten es gibt eine theoretische Konstruktion wie man sich so eine Zerstrahlung vorstellen könnte und Beobachtungen dieser Linien haben wir ja die Hülle und die Fülle damals bei dieser Original Publikation da hat ja Harry auch ein Video dazu gemacht speziell zu dieser zu diesen WIMS zu diesen Weak Interacting Massive Particles also diesen schwach wechselwirkenden massiven Teilchen und dieser dieser Linie eben bei der man sich so eine Annihilation vorstellen könnte konkret beobachtet wurde natürlich erst wieder mal die Milchstraße das übliche Prozedere da gab es diesen ersten Überschuss dann natürlich wieder die Andromeda Galaxie völlig analoge Argumentation da war es auch wieder sehr schön aus dem Zentralbereich da kamen ein paar Mehrlinien aus von den Rändern das hat alles Sinn gemacht und zoomen wir mal in das Sternbild Perseus da sind wir so 230 bis 240 Millionen Lichtjahre entfernt und das ist eine ganz besondere Quelle für diese Linie insbesondere war auch nicht anders zu erwarten die Linie deshalb dort sehr ausgeprägt weil sie natürlich wenn sie so eine einzelne Galaxie betrachten wie Andromeda weniger dunkle Materie Zerstrahlung erwarten als wenn sie hier gleich den ganzen Cluster betrachten also einen Haufen mit 500 bis 1000 Galaxien und im Zentralbereich da wo wir jetzt reinfliegen das ist dann Perseus A diese starke Radioquelle oder NGC 1275 vielleicht ist das geläufiger das ist jetzt schon eine Riesengalaxie also von Riesengalaxien spricht man dann wenn es um eine ganze Größenordnung fehlt im Vergleich zu unserer Milchstraße also das sind richtig dicke Brummer und und dort ist eben jetzt auch diese Linie sehr ausgeprägt gewesen da fällt mir übrigens ein die Andromeda Galaxie im Vergleich da wissen wir jetzt seit Mitte Februar erst dass die doch gar nicht so schwer ist wie wir lange vermutet hatten da war ja lange die Meinung dass die vielleicht bis zu dreimal mehr Masse haben könnte als unsere Milchstraße also so der große Bruder gewissermaßen und jetzt wurde klar dass die Masse sehr sehr ähnlich ist der unserer Milchstraße sind also eher gleichberechtigte Geschwister hier in dieser lokalen Gruppe die neue Massenbestimmung wie macht man sowas überhaupt man misst die Geschwindigkeiten von großen Objekten also von Nebeln jetzt zum Beispiel da wurden 89 Nebel vermessen mit ihren Geschwindigkeiten und daraus lässt sich dann die Fluchtgeschwindigkeit ermitteln die man bräuchte um die Galaxie überhaupt zu verlassen und die Fluchtgeschwindigkeit die wurde mit glaube ich 470 Kilometern pro Sekunde Kilometern pro Sekunde ermittelt und daraus können sie dann ableiten ja wie stark zieht da jemand dass es zu dieser hohen Fluchtgeschwindigkeit kommt und dann rechnen sie sich aus das sind ungefähr 800 Milliarden Sonnenmassenmaterial die hier ziehen müssen das ist dann sehr ähnlich dem Erwartungswert den wir bei unserer Milchstraße haben ist auch Neues aus dem Universum aber eine andere Geschichte nur am Rande für uns ist jetzt mal entscheidend wir haben also ein Gerät das diese Linie aufzeichnet diese 3,5 KIV das ist übrigens das XMM Newton also ein europäischer Röntgensatellit der ist auch noch bis Ende des Jahres in Betrieb vielleicht macht das sogar noch ein bisschen länger ich zeige Ihnen mal ein Modell das steht in Darmstadt dort ist auch das Headquarter dieser Mission und sieht so ein bisschen aus wie ein klingonischer Warbird für Arme aber ist tatsächlich ein Röntgensatellit und das Dumme das ist jetzt das wirklich Dumme das Gerät selber das produziert oder besser einige Bauteilgruppen produzieren so eine Störung bei 3,5 KIV ungefähr also was machen Sie in Ihrer Verzweiflung Sie schauen auf Perseus A nehmen diese Linie auf und dann schauen Sie ins Leere irgendwo wo Sie nichts vermuten und wenn Sie da keine Linie haben dann wissen Sie dass es kein selbstproduzierter Messfehler ist dann schauen Sie wieder dorthin wo Sie wirklich was aufnehmen wollen und dann schauen Sie wieder ins Leere das ist ja damit können Sie dann diesen Fehler Hintergrund abseparieren und dann bleibt eben dieser signifikante Beitrag also es könnten irgendwelche Wimps sein die sich hier gegenseitig zerstrahlen es könnten irgendwelche vielleicht sogar Majorana Majorana Fermionen sein es könnten sterile Neutrinos sein das wäre eine zusätzliche Neutrino Generation das ist so eine Variante die ich persönlich nicht so gern mag aber okay wissenschaftlich seriös hilft das alles nichts irgendwelche persönlichen Präferenzen da müssen wir objektiv bleiben und diese verschiedenen Möglichkeiten herausarbeiten es gibt halt am Large Hadron Collider ein paar klare Beobachtungsschranken die sagen es sind drei Neutrino Generationen und nicht mehr das ist über die Zerfallsbreiten und so kann man da einiges festlegen und ich habe selber meine theoretische Arbeit publiziert in der wir zeigen konnten dass es genau drei Neutrino Generationen sein sollten und nicht mehr vielleicht mag ich deshalb diese Möglichkeit einer weiteren Neutrino Generation nicht so gern können Sie übrigens auf unserer Webseite auch runterladen wenn Sie mal in so eine Berechnung in so eine theoretische Berechnung mal reinlesen wollen also da gibt es jetzt ein paar Varianten die könnten greifen oder könnten nicht greifen es gibt auch noch eine Erwartungshaltung auch theoretisch berechnet da gab es schon mal bei den Neutrino Oszillationen wenn Sie sich erinnern hatten wir ein eigenes Video dazu gemacht da gab es auch einen Erwartungswert dass eine Resonanz auftreten sollte wenn es solche Neutrinos geben sollte so zwischen 320 Giga Elektronen Volt bis hin zu 20 Tera Elektronen Volt also in dieser Bandbreite da hätte man Neutrinos beobachten sollen und daraufhin hat man zwei Jahre lang Daten ausgewertet 200.000 Events am Ice Cube das war dieser Gewalt dieser Kubikkilometer große Eiswürfel am Südpol mit 86 Bohrungen in die sie dann diese Photomultiplier versenken die müssen über einen Kilometer tief versenkt werden weil nur dort ist dann der Druck so hoch dass das Eis so durchsichtig wird dass wirklich diese Photomultiplier hier sinnvoll arbeiten können also ein riesen Aufwand und gemessen wurde nichts also die Ausbeute die ist ziemlich ernüchternd was jetzt solche zusätzlichen Neutrinos anbelangt dann gäbe es noch Aktionen als heiße Kandidaten da werden wir einen Kollegen einladen der einen eigenen Beitrag dazu verfassen wird der speziell an dieser Suche nach Aktionen forscht und dann heißt es jetzt einfach weitersuchen das Durchhalte Parolen gewissermaßen ist nicht schön dass unsere Simulationen da abweichen wenn man sehr ins Detail geht da fehlt uns eine Zutat wie wir gesehen haben dafür ist es ermutigen wir haben einen theoretischen Unterbau jetzt dazu gewonnen was solche Zerstrahlungen von derartigen Teilchen anbelangt die in Frage kämen als dunkle Materie und da gibt es auch schon Beobachtungen okay es ist natürlich auch nicht so wie jetzt immer wieder in der Presse rauf und runter zu lesen ist dass dunkle Materie in sich irgendwie völlig gekippt wäre dieses Modell oder was auch immer das ist das ist ja also ich würde mir wirklich wünschen dass wir in der Berichterstattung vor allem oder zumindest in der naturwissenschaftlichen Berichterstattung ein bisschen unaufgeregter uns geben würden aber jeder haut dann immer irgendwelche Titel Meldungen gleich mal raus und das kosmologische Standardmodell ist natürlich immer gleich gekippt und Einstein ist immer gleich widerlegt und es gibt überhaupt nichts differenziertes mehr habe ich so das Gefühl jeder möchte immer gleich diese dickste Meldung und immer ist gleich alles neu und alles falsifiziert und also ich will mir was wird es am Ende werden unter all diesen wilden Spekulationen also da empfehle ich uns in aller Ruhe mal weiter zu suchen und es mit Mark Twain zu halten der mir gesagt hat es gibt zwei Situationen im Leben eines Menschen in denen er auf keinen Fall spekulieren sollte erstens wenn er es sich nicht leisten kann und zweitens wenn er es sich leisten kann ein ist wenn er dann das ist eine die 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 auch die in die und die haben müssen er